Als ich 15 war, hat meine Mutter meine Kornes weggeschmissen. Mit denen habe ich viel erlebt und meine Freiheit genossen. Liebe Kundinnen und Kunden, auf Gang 3 finden Sie unsere tollen Mega-Angebote, die Ihnen den Tag versüßen. Das ist eine Aufforderung zu einem illegalen Tag. Alles, was in der Tonne ist, das gehört einem Zorger. Ja, aber wir machen das hier nur für den Eigenbedarf. Trash Lab. Unter der Oberfläche geht es nur ums Geld. Die Natur interessiert niemanden. An welchem Tag war 2021 der sogenannte Erdüberlastungstag? Die Person ernährt sie nur aus Impeeren und Würschen. Geiz ist geil, weil sie es nicht wert sind. Trash Lab. Wirtschaftswachstum ist gleich Nullwachstum. Das ist ein Teufelskreis. Können wir nicht zurück in einfachere Zeiten zurück zum Tante-Emma-Laden? Für euch ist das vielleicht unbrauchbarer, bedeutungsloser Abfall. Aber das wird alles gespeichert, weil es etwas in euch erzielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017